Hallo Leute, hier ist der zweite Teil von den Mythen. Und dann, jetzt werden wir noch Mythen zeigen. Melissa, wo bist du? Golden Ranch meinst du? Okay. Also gut, wir zeigen da ja noch Mythen, oder? Also, ich bin hier und jetzt habe ich hier mein Skateboard. Gib mir mal die Schaufel. Danke, jetzt grabe ich. Ja, ich habe eine Karte bekommen. Alles. Ich habe ihn bis hin. Melissa, du bist 18. Ich will noch ein Secret bei der Bank zeigen. Okay, weil ich zeige jetzt ein Secret bei der Bank. Ich will nämlich gucken, ob das mit der Kratz identifiziert ist. Okay, du bist wieder da. Jetzt müssen wir hinter die Bank. Aber was da kommt, ihr müsst nicht da lang, ihr müsst die Wand entlang. Ja genau, die Wand entlang. Ihr müsst so lange... Ja hör auf, Melissa hör bitte auf. Bitte. Okay, tschuldigung Melissa. Ja, ja. Hier ist so eine Wand und da müsst ihr rein. Und hier gibt es so einen Secret-Raum, wie man ohne, dass man bemerkt wird, in die Bank kommt. Nämlich, ihr müsst hier hin und dann müsst ihr so runter gehen. Also wenn ich meine hoch gehen, also runter bis hin und dann müsst ihr hier hoch steigen. Und dann ist hier durch die Lüfte und schlafen und dann seid ihr hier ohne Karte angekommen. Okay. Oh mein Gott, Miriam, ich habe gerade so Scheiße gebaut. Komm mal mit, komm mal mit. Ich würde was zeigen. Ich habe das Geld drin gelassen. Ich habe das Geld drin gelassen. Okay, das macht es so gut. Das soll ich mal mit. Ja, das ist ein Secret. Da gibt es noch ein Secret. Ja, und dann gibt es hier so einen Secret-Raum. Hier, mit Polizeiüberwachungskameras überall. Dann könnt ihr... Ja. Ihr könnt hier überall machen und ihr könnt überall, wenn ihr wollt, ihr könnt so eure Freunde schenken. Pranken. Ihr könnt... Melissa hat mich mal damit geprankt. Oder? Ja. Also ich meine eine andere Freundin. Die hat mich mal geprankt. Das verrate ich jetzt öffentlich. Also. Sie hat, sie hat mal eine Gasbombe bei mir platziert im Haus. Und dann hat sie gesagt, geh mal in dein Haus. Dann bin ich in mein Haus gegangen, in mein Haus gerannt und wollte das mit dem Feuerlöscher löschen. Ich war so dumm, ich habe vergessen, dass man das nicht mit dem Feuerlöscher macht. Das macht man nicht mit dem Feuerlöscher. Ich will beim Geheimnis weiterverraten. Wir können bei dem Lüftungsschach rausgehen. Und... Ja, weiß ich nicht. Ich bin gerade in den Lüftungsschach rausgegangen. Also, ich verrate jetzt mein Geheimnis weiter. Dann haben wir... Dann haben wir so... Was? Ich beackt. Ich sag jetzt den Namen nicht. Also. Was? Die kennst du nicht. Die heißt Melina. Und die hat eine Gasbombe da rein. Hör auf. Melissa. Das ist doch nicht so schlimm. Die hat mich einmal geprägt, dann habe ich die auch sofort wieder zurückgeprägt. Also, dann bin ich. Hör auf, mich blöd zu nehmen. Also, ich habe mal, bin dann mit dem Feuerlöscher reingerannt und die stand in meinem Haus und hat gesagt, it's a prank. Und dann hat es nach fünf Minuten wieder aufgehört. Nope. Melissa, ich weiß, was du vorhast. Okay, aber zu sicherheit, sprecht es mal ab. Ja, komm rein. So. Ich habe, ich bin Haus 13 oder Haus 12. Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich bin. Ich weiß nicht. Warte, warte, bleib stehen. Mitbewohner. Und ciao, Leute. Das Video kann jetzt nicht mehr weiter.